Halli, Hallöchen, willkommen zurück bei Sun of Forest mit dem toten Kalven. Die Fähre ist gar nicht mehr da. Ja, ich bin ein bisschen deprimiert. Warum? Du wolltest ein Tattoo. Ja, aber... Dann wissen sie den mexikanischen Totenschüden. Nee, ist auch... Der wird nicht so viel kosten. Ja, alles ist teuer. Ja, überlege mal, meins aufhübschen lassen kostet mal eben 600 Jürgen. Ja, wenn du das verantworten kannst, dann mach es doch. Wenn ich mir das machen kann, dann legen wir nochmal 200 drauf. 250, da hast du deine Konturen. Hä? Ja, ob ich jetzt meins mache, schon aufhübschen lasse, oder du dahin gehst und dir die Konturen schon mal machen lässt. Ja, aber ich kann ja wenigstens noch sagen, ich habe mir nicht das Geld aus dem Fenster geschmissen. Ja, tut man ja auch nicht. Das ist kein Geld aus dem Fenster. Also, sorry, ich mache was für mich. Ja, gut, aber trotzdem. Ja, dann kann er nicht mit den Vorwürfen kommen. Jo, richtig. Ah. Ich kann das ja dann. Ja, kannst du nicht. Ich kann mir dann lieber... Ja, stopp. Aber ob ich jetzt ein Mikro hole? Ja, davon habe ich ja was. Also, ich habe ja jetzt ein gutes Mikro, aber... Aber vom Tattoo habe ich ja auch was. Es sieht schön aus. Es schmückt mich. Ja. Also, das ist eine Ansichtssache. Ja, das eine ist aber mein Hobby. Und das andere ist einfach... Ja, einfach nur das. Ja, Körper. Also, bewahrnehmung für den Körper, dass man sich wohl fühlt, weil man das schön findet. Was auch Lebensqualität gibt, wenn man mit sich zufrieden ist. Ja, ich bin ja unzufrieden mit mir. Aber der hängt dran. Wer jetzt nicht versteht, um was das geht, der muss mal eben einmal ganz kurz die vorige Folge gucken. Genau. Da ging es nämlich darum, um Tattoos und so. Genau. Aber eigentlich hast du mir nie vorgeworfen, dass ich Geld aus dem Fenster schmeiße. Ob ich Tattoos mache. Immer, ständig. Ob ich meine Tunnels mache, meine Piercings. Komm, du hast ja sogar zu Weihnachten gesagt. Ja, geh hier hin. Und da habe ich noch gesagt, boah, ist aber... Weil das waren... Eins, zwei, drei... Vier, ne? Vier Tattoos. Äh, vier Piercings. Ich wollte gerade sagen, Tattoos, hä? Vier Piercings waren das, ne? Hm. Ja, vier Piercings. Das war ja auch fast, äh... Fast 200 Euro insgesamt, wenn du es mal so zusammen rechnest. Dass du wieder so viel Kohle ausgegeben hast. Ja, du hast doch gesagt, lass machen. Ich wollte ja alles nicht. Weil ich eigentlich auch so bin. Aber ich sehe es mittlerweile auch so. Ich fühle mich natürlich mit meinen Tattoos, Piercings wohl. Ich kann nicht wirklich so viel Schmuck, alles an Schmuck tragen. Also ich kann keine Kette tragen. Ich kann mich nicht wirklich aufbrezeln. In dem Sinne. Lohnt sich auch gar nicht. Dafür habe ich andere Sachen. Aber ich gehe auch mit dafür arbeiten. Ist ja nicht so... Das nur Herr Du arbeitet und sagt, hö, ich bezahle das. Was ist das denn jetzt für ein Kack? Oh, jetzt geht's. Wir schenken uns eigentlich gegenseitig immer teure Geschenke. Du hast es halt mehr mit dem PC und mit deinem Equipment. Genau. Und ich halt mit meinem Körper. Das gleicht sich ja eigentlich im Endeffekt aus, wenn wir mal rechnen. Dafür kriege ich mal deinen abgetragenen PC. Ja, das... Ja, ist ja alles gut. Stört mich nicht. Das reicht mir. Ja. Und für meine Zwecke reicht das. Stand ja auch mal auf dem Plan, aber das habe ich jetzt aktuell erstmal eh generell verworfen. Ja, wir gucken mal. Ja, erstmal brauche ich nur das Auto. Ja, A, dat und B habe ich ja noch was anderes drauf, was demnächst dazu kommt. Ach so. Du meinst, äh... Zähne. Ja, die kosten mal eben 10.000 Euro. Und dann pinkelst du dich an, über 10.000 Euro fast, wenn wir zu rechnen. Ja, ja, aber trotzdem. Dann pinkelst du dich an für ein Tattoo, was die Hälfte kostet. Ja, das eine ist aber... Wenn du nicht fettest. Das ist... Das ist genauso Schönheit. Das stimmt nicht. Ja, dann lasse ich das nicht machen. Okay. Doch. Es ist genauso Wohlbefinden. Deine Zähne sind wichtig, weil man erstens dein Körper empfinden. Natürlich hat es auch eine Lebensqualität, weil wenn man nicht lächelt, wird man depressiv. Wenn man... Noch depressiv oder so. Wenn man nachher nicht mehr essen kann. Es hat ja alles Nachteile. Aber genauso kann es psychisch, wenn jemand sich wohler fühlt mit Tattoos zum Beispiel oder Körperschmuck, kann ja die Wahrnehmung. Ist ja anders dann. Also man fühlt sich dann wirklich... oder man akzeptiert sich dann mehr. Wenn du den Blick gewinkelst. Also beides haben psychische Aspekte. Das andere hat natürlich auch noch den medizinischen Aspekt. Wenn du natürlich deine Zähne nicht vernünftig hast, kannst du auch schlecht essen. Ja. Ja, gut. Okay, ja. Aber es hat ja auch was mit Schönheit zu tun und mit... Man muss dabei sagen, ich habe ein paar Zahnlücken. Ästhetik. Ja, Zahnlücken und ich habe keinen Zahnschmelz. Das heißt, irgendwann gehen leider immer wieder nach und nach die Zähne kaputt. Jetzt kriegst du 10.000 Euro Krone. Genau. Jetzt kommen sollen da Kronen drauf, dann habe ich da Ruhe, weil immer dieses Versiegeln lassen verlangsamt nur den Prozess, aber... Wollte ich gerade sagen, und die Zähne brechen trotzdem irgendwann. Genau. Und gehen da auch nicht. Nein, das ist ja auch alles, aber es hat ja auch einen ästhetischen Aspekt. Lächelst du viel? Hm? Lächelst du viel? Ja, warum? Ich habe nichts zu lachen. Nein, aber... Mit dir ja eh nie. Das stimmt nicht. Du zeigst aber keine Zähne, also du lächelst nicht mal herzhaft, weil man immer... Muss man denn Zähne zeigen, wenn man lächelt? Nein, ich meine aber dieses herzhafte Lachen oder so, da macht man den Mund auf, aber man ist dann ein bisschen gefangener, weil man immer Angst hat, okay, es könnte einer sehen, weil Ästhetik ist ja doch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Kannst du mir nicht sagen? Und genau dasselbe ist es mit Tattoos ja auch. Vielleicht zeigt man mehr von sich und verrührt sich nicht so, wenn man sich ästhetischer fühlt. Das ist ein ästhetischer Punkt. Was wir wieder für Themen heute drauf haben hier? Das habe ich zufälligerweise gelernt und das war so ein dummer Vergleich, weil unsere Dozentin sagte, weil viele bei uns ja auch tätowiert sind, und dann haben wir so, ja, irgendjemand ist Staatsverfahren, ja, dann renne ich ohne Zähne rum. Und dann sagt die, ja, würdest du auch jetzt ohne deine Tattoos rumrennen? Ja, das war wieder keiner, ne? Wie sagt der, nee, warum? Weil es gefällt mir, das ist schön. Oder, na, dieses, so gefalle ich mir. Ja, und genauso ist das mit den Zähnen, das ist nichts anderes, weil, äh, ja, doch, 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 finde ich ganz was anderes. Das ist sogar noch schlimmer. Genau, genau. Also auf ein Tattoo kann ich verzichten, das muss ich nicht haben, aber, ähm, ich sag mal, eine Kauleiste sollte man schon haben. Ja. Ja, wohl, da gibt's ja auch andere, die das anders sehen, ne? Ja, gut, aber, ähm, sehe ich nicht so. Sorry, aber. Aber wir gehen ja auch beide arbeiten, das ist ja jetzt nicht so. Und ich mache ja auch meine Tattoos peu a peu. Also das sind zwar Gesamtbilder irgendwann, aber das kommt Stück für Stück. Also das heißt, eigentlich, kannst du alles gerne machen, ja. so kleinere Sitzungen. Aber ich möchte auch, dass du eigentlich da bist, weil du hast, so oft. Ja. Aber vielleicht machst du es ja irgendwann, vielleicht kommt es auch an, auf den Tristan zu verstanden, dass ich weiß, dass ich mach's. Ne, ich glaube, dann eh nicht mehr. Nachdem du weißt, was das kostet. A, das und B, umso älter man wird, umso weniger will ich eigentlich, macht man sowas nicht mehr. Okay. Ich würde mich mit über 15 Minuten tätowieren lassen. Okay. Ja gut, das sieht jeder anders. Genau. Von daher. Also, es gibt auch Leute, die über 50 sich tätowieren lassen. Ja gut, aber ich, ich habe ja gesagt, ich würde nicht mehr. vielleicht kriege ich dich auch vorher dazu. Ich gedenke nicht, oh, wir sollten langsam schlafen, glaube ich. Aber es ist auch deine Sache, es ist dein Körper, nicht meiner. Ja, hat aber nichts damit zu tun, wie gesagt. Ja, mit dem Preis. Ja, ich, ich sage mal einfach so, ich würde, die Prioritäten versetze ich einfach anders. Ja, wieso, ich gucke ja auch, die Prioritäten sind ja trotzdem gegeben. Also, ich sage ja jetzt nicht, ne? Also, bevor ich mir zum Beispiel ein Tattoo machen würde, würde ich mir lieber einen neuen PC holen. Nein, deine, ja genau. Du hast deine, genau. Bevor ich mir ein neues Tattoo machen würde, würde ich mir lieber einen Greenscreen holen, einen neuen. Ja, ist ja auch in Ordnung. Aber wir haben das ja auch immer so aufgeteilt, ne? Ich hole andere Dinge, also ich habe zum Beispiel meine Piercings, du hast, ich weiß gar nicht, ich liege, ne? Ja, du hast, glaube ich, ich weiß gar nicht, was du gekriegt hast, du hast ja auch was gekriegt. Also, du wolltest auch was haben. Ja, ich meine schon. Ja, aber dafür hast du ja letztens erst, äh, genau, die Kamera. Genau, das sind so Sachen, ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich nur einfach teuer, äh, Geld, also teuer, mir was hole, oder sage, ich mache das Tattoo, oder ich mache das Piercing. Kann auch sein, ich mache jetzt den Unterarm fertig, und dann sage ich erst mal, okay, mag ich jetzt erst mal nicht, ich, ich, ich warte jetzt erst mal wieder, ein halbes Jahr, oder ein Jahr, oder zwei Jahre, und mache dann das nächste, weil mit den Piercings ja auch so, oh, habe ich ja auch nicht jetzt gleich gemacht, also es ist jetzt nicht so, und ich spare ja auch fleißig, bin fleißig am Sparen, erst mal für ein neues Auto, und eventuell danach für euch ein PC. muss ja nicht. Warum nicht? Du wolltest ja auch gerne was Neues, darfst du ja auch gerne haben. auch wenn jedes Jahr die PCs immer teurer werden. Jedes Jahr? Nicht jedes Jahr, jedes Mal wollte ich sagen, nicht jedes Jahr, sondern jedes Mal, wenn neu ein PC, dann wird der immer einiges teurer, aber finde ich jetzt nicht schlimm. Das, was gefällt. Also da sind wir uns ja eigentlich einig. Dann hat es mein Kind ja auch gesagt, ein Tattoo kriegt ja aber kein teures zum Geburtstag, wenn. Jo. Weil ich muss das selber bezahlen, weil es sieht halt auch nicht ein, alles zu bezahlen. So. Dann muss man mal arbeiten gehen. Wo? Weil wenn du überlegst, nächstes Jahr um diese Zeit hoffe ich, dass sie ihre Ausbildung macht. Wenn alles gut geht. Mhm. Dann haben wir noch eine Pflegekraft hier im Hause. Und Herr Du wandert aus. Wollen wir mal ein bisschen wandern geben? Ich bin jetzt gerade Sachen am Sammeln und so. Einfach Metzeln. Einfach Metzeln. Ich brauche ein bisschen Muni und so. Mhm. Ich habe dafür Bock zu. Ja, ich bin jetzt gerade am Sammeln. Ich habe eh schon eine gute Idee für Weihnachtsgeschenk. Aha. Mhm. Ich mache mir ja jetzt schon Gedanken, was ich dir schenke. Oh. Mit Liebe. Und Schmalz. Und Einen neuen Job? Nee, den würde ich dir ja gerne schenken. Den kann ich dir leider nicht schenken. Einen Job, der Spaß macht? Den würde ich dir ja manchmal gerne schenken. Aber das kann ich leider nicht. Das kann ich nicht beeinflussen. Und damit meine ich jetzt nicht mal eine Arbeit bei Crater Games. Die machen Spaß. Ja, ich weiß. Ist auch alles ein bisschen doof im Moment. Ich meine meinen Hauptjob. Ja, es ist nicht so easy peasy gerade. Ich würde es nicht mal, es ist nicht easy nennen, sondern äh, naja, sagen wir mal lieber nicht. Es ist schwierig. Nett gesagt. Mega schwierig. Leider Gottes. Also es ist nicht so, dass er so viel Spaß hat wie ich an meinem Job. Auch wenn ich manchmal meckere. Mittlerweile muss man natürlich sagen. Ja, ja. Auch wenn ich manchmal meckere über meinen Job oder manchmal so Tage habe, da darf man ja auch haben. Auch wenn man Spaß an seiner Arbeit hat. Ja, ja. Da darf man ja schon mal Tage haben, wo man sagt so, vor allen Dingen Schule macht keinen Spaß. Definitiv nein. Es ist anstrengend. Ja, klar. Ja, es ist natürlich cool. Vor allen Dingen hast du jedes Wochenende frei, was du sonst nicht hast. Ich kann ein bisschen besser planen. aber ansonsten liebe ich meinen Beruf. Aber ich glaube, wenn ich das auch nicht lieben würde, hätte ich jetzt auch nicht nochmal die zweite Ausbildung da drin angefangen. Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch nochmal ein bisschen was, ne? Ja, also mit dir tauschen möchte ich gerade arg auch nicht. Also nicht, weil ich dich nicht mag, sondern, oder nie, sondern einfach, ich glaube, ich würde da ganz, ganz böse auf die Nase fallen. mit der große Klappe. Diesbezüglich. Ja, klar. Du kaufst mir doch hier nicht meine Steine gerade, oder? Nein, ich rand auf welche rein, du musst. Ich leg die da rein. Sammel mit dir. Ich unterstütze dir. Ich dachte, du bist vorne am Baum. Ja, war ich auch. Aber? Ja, ich musste mal eben was anderes sehen. Kennst du das? Ich wollte dich unbedingt sehen. Ich hatte solche Sehnsucht. Kein Lachen? Nee. Ist eigentlich nur zum Weinen. Dass ich Sehnsucht habe? Ja. Oh. Er mag mich nicht. Nee, noch nie gemocht. In all den Jahren habe ich mich so aufgeopfert. Was? Nein, Quatsch. Oh, Gottes Willen. Wie lange wollen wir denn jetzt wie viele Folgen wollen wir denn heute aufnehmen? Ja, wir können ruhig noch ein bisschen. Okay. Das, was ich draufhaben muss, habe ich soweit schon drauf. Ich lese das nachher nochmal durch. Ja, es geht ja ums Essen. Das geht relativ, die packe ich dann gleich in der Pfanne und dann fange ich schon mal an, alles fortzuschnibbeln. Dann geht das relativ zügig. Es gibt heute Burger, selbstgemacht. Selbstgemacht Burger. Ja, ja. Und ein bisschen zum Schlafen muss ich nämlich auch noch kommen, weil morgen muss ich leider früh raus. Ich weiß, ich weiß. Es tut mich auch leid. Ich würde es dir ja gerne abnehmen. Ja. Gut, für euch die Folge, die kommt Montag, Dienstag. Am Dienstag? Am Dienstag. Ein Tag vor meiner OP. Genau. Mit Scheißendreck. Ich habe schon fast wieder vergessen, dass ich OP habe. Verdrängt das das, ne? Ja, so ein bisschen. Na, geht. Ich habe da ja kein Problem mit. Mich stürzt jetzt nicht. Aber ich habe so ein bisschen so gehofft. Ah, scheiße. Ich kümmere mich ja gar nicht ab. Ah, doch. Ich kann auch mit dicker Fresse. Ja, nö. Brauchst du nicht aufnehmen. Wenn ich jetzt nicht große Schmerzen habe, gar kein Thema. Also kommt drauf an, wie der Schmerzpegel ist. Bin es jetzt unerträglich. Also ich glaube, danach wird es schon einiges besser, weil der Druck danach lässt. Wir nehmen jetzt dafür auf, liebe Faye, und dann werde ich schon ins... Ah, okay. ins gelobte Land gehen. Aber übrigens, ich habe über 600... Also ich habe 600 Abonnenten. Aktuell kann natürlich auch schon wieder ganz anders aussehen gerade. Ja, cool. Glückwunsch. Ja, ich habe mich gewundert. Ja, ich habe mich gewundert. Ja, 601 sind es sogar. Nachdem ich hier... Genau, da habe ich einen kurzen Short für aufgenommen. Ich glaube so langsam, wenn es denn dann auch weiterhin steigt und nicht fällt, ich glaube so langsam würde ich mir Gedanken machen, was ich so beim nächsten Erfolg machen würde. Ja, nackig vor der Cam tanzen. Nein, Quatsch. Ich weiß nicht. Nee, vielleicht einfach mal so einen Tag als Dame verkleidet streamen. Oder beziehungsweise... Ja, genau sowas. Ah, cool. Ja, das ist eine coole Idee. Genau, da würde ich mich, glaube ich, als Frau schminken oder ich würde mich generell schminken lassen, weiblich. Und ich wollte ja eh eine Perücke holen. Dann machen wir das ja perfekt. Genau. Und dann würde ich streamen und aufnehmen zugleich. Oh ja, geil. Ich... Ich habe sogar Sachen, die dir passen könnten. So Kleider und so. Müssen wir nur ein bisschen ausstopfen, damit das... da oben auch was ist. Sonst hängen die Klamotten so loschen. Ah, cool. Das wäre eine coole Idee. Sowas habe ich mir gedacht, so weißt du, so bei... Ich weiß nicht. Mega-Idee. Bei 700 Abonnenten oder sowas. Ja klar, wenn du wieder nullst. Genau. Würde ich auch sagen. Genau. Eine mega geile Idee, ehrlich. Genau. Und bei... Also, ja. Jetzt darf natürlich... Dann darf jetzt natürlich nichts wieder abspringen an Leuten. Da hast du leider natürlich immer mal... Da hast Leute... Ja, aber vielleicht hast du ja auch mal Aufschwung, so quasi. Ich wünsche es dir, weil du wirklich viel, viel, viel Freizeit investierst. Ja. Es ist dein Hobby. Genau. Ja, aber dennoch wünscht man das einem, ne, dass man... Weil man macht's ja nicht einfach nur... Ja, man macht's einfach so, aber man hat ja schon gerne, dass Leute das sehen. Man möchte die Leute ja unterhalten. Genau. Und ich würde übrigens jetzt am Wochenende... Ah, nee, ich hab dann am Wochenende. Mist. Ich würde, ich würde, ja, auf jeden Fall am Wochenende ein Spiel wieder auf... Also streamen, was ich schon länger nicht mehr gestreamt hab. Und zwar also Universum, weil ich kann da reinschalten, dass Zuschauer... Ja. ...interagieren können. Also die können mir... Cool. ...gute Sachen, leider aber auch böse Sachen schicken. Ich... Aber ich... Ich hoffe, wenn ich Zuschauer haben sollte, ähm, dass die mir Gutes tun und vielleicht nicht unbedingt einen Selbstmordtypen da reinschicken. Ja, wir gucken mal. Ich bin ja auch da. Ja, wieso? Ich bin gemein, ne? Wir trausten uns als erstes zu... Ja, genau, das meinte ich ja jetzt, ja. Ja, aber vielleicht sollte ich am Wochenende mal, äh, Family-Besuch machen. Ich weiß es noch nicht. Ach so, okay. Äh, Freunde, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Ich sag mal, ciao mit Frau, bis zur nächsten Folge. Nächsten Folge. Tschüss. Böööö.